Wenn er Gott selber ist, warum hat er gebetet? Zu wem hat er gebetet? Wir glauben, die Dreifaltigkeit. Und er hat zum Vater gebetet. Das heißt, er war in diesem Moment nicht tot und er hatte auch kein göttliches Wesen in diesem Moment, wo er zu Schöpfer gebetet. Oder hat Gott Gott angebotet? Nein, er hat sicher nicht Gott angebetet. Er war Gott und Mensch. Okay, das heißt, Gott Mensch richtet sein Gebet an Gott. Und ich kann nur Gott anbeten und sonst niemanden beten. Das ist es. Können Sie mir einen Vers aus der Bibel nennen, wo Jesus von sich aus behauptet hat? Nicht, dass Paulus, Johannes, Lukas, Matthäus von ihm behauptet, sondern er selber behauptet hat, dass er Gott ist und dass man ihn anbeten soll. Amen. Amen.